Willkommen zurück zu Withering Rooms Willkommen zurück 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 Was für ein Typ? Ein Kerkermeister-Zombie. Okay, mir tun diese armen Seelen leid, die unter der Fuchtel der alten Gefängniswetter stehen. Ja, mir eigentlich auch. Uraltes Blut. Da konnten wir doch auch irgendwas mitmachen. Ich weiß nicht mehr was. Das ist schon so lange her, seitdem ich das gespielt habe. Aber das soll egal sein. Oh, ich bin, glaube ich, was ist hier passiert? Na gut. Bin irgendwo reingerannt. Alter Schild. Ui. Ist das besser, ne? Als mein jetziger. Oh. Und eine Platte. Ähm. Alter Schild, alter Schild, alter Schild. Hier, oder? Ne, der ist bei den Waffen. Entschuldigung. So. 222, 433. Ja, der ist besser, aber nicht ganz so haltbar. Wir nehmen den. Okay. Aha. Aha. Ich möchte ja erstmal heilen wieder. Ich weiß, ich übertreibe das mit der Heilung. Vielleicht etwas, aber. Äh. Naja, komm. Oh. Ne, 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 ne. Du bist mir zu blöd. Du bist mir zu blöd. Du bist unfreundlich. Du siehst unfreundlich aus. Du wirfst hier Sachen nach mir. Das finde ich nicht nett. Hallo. Wir können ja immer wieder hier zurück in unser kleines Lager. Äh. Was war nochmal mit dir? Ich muss gestehen, es ist schon etwas her, seitdem ich gespielt habe. Ja. Hier, komm. Da können wir nicht genug von haben. Und was war mit dir? Ne, mit dir kann man nur sprechen, Josette. Gut. Münzen und Blut. Ne, ich hab nicht. Brauch noch mehr. Mhm. So. Ich will mal was probieren. Ich will jetzt mal ein paar Sachen basteln. Und zwar brauche ich diesen Besitzzauber. Dreimal. Und ich brauche so mal eine kleine Taktik, die ich mir, ähm, äh, zurecht, äh, gesponnen habe, sozusagen. Ähm. Und ich brauche einmal diesen Dummy-Zauber. Wo war der nochmal? Da. Ja, nehmen wir ruhig zwei davon. Okay. So. Ich will aber nochmal weiter im Labyrinth machen. Na, hier ist wieder dieser Axt, Heini. Aua. Eieieiei. Die sind wirklich nicht so ohne. Aber der ist lahm, oder? Weiß er, ist nicht so genau. Oh, oh. Der hat mehrere Moves drauf. Doch sein komischer Dialekt macht die Sache hier nicht besser. Und er hat auch, der hat auch so eine Rampel-Attacke hier. Auch nicht nett. Oh, Mann. Schon geht er wieder dahin. Man ruht, äh, mein, 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 guter Kasten hier. Hallo. Ich kann mich hier auch nirgends mehr verstecken, ne? Blutungsschaden, äh, nicht schön. Habe ich hier noch diese Bandagen? Moment mal. Äh, ja. Gut. Äh, mir deucht. Die sind vielleicht auch noch etwas zu schwer, oder? Habe ich noch den Fluchball? Ich habe auch einen Feuerball. Ja, den nehme ich mal. Vielleicht hilft das ja gegen den Bösewicht. Wo ist, bist du denn bösi? Bösi, bösi. Eine Fackel als Waffe. Ne, warum nicht? Und ein Gebäck. Vielen Dank. Ob man das noch alles essen kann, das Gebäck? Hier frage ich mich echt. Tasse Tee. Oh. Bösi, bösi. Nicht bösi sein. Ach so, hier sind so Fallen. Ah, jetzt verstehe ich das ja erst. Alles klar. Okay. Völlig verkackt. Damit habe ich mal wieder völlig verkackt, ne? Ähm, Bandage bitte. Da sind so, da sind so Sachen an der Wand. Hier, da, guckt mal. Da kommt so ein Speer raus. Ah. Gut. Oder schlecht. Ah, du bist fast tot. Jetzt bist du tot, mein Freund. Da hat's nicht mit gerechnet, ne? So. Dich haben wir schon besiegt einmal, ne? Genau. Egal, du hast gut viele Münzen dabei. Und auch dieses Blut. Hm. Oh. Ne, hier will ich noch nicht rein. Die sind mir irgendwie ein bisschen zu dangerous, die Viecher. Aber ich mach mal so Feuer bei. Danke. Kann ich noch einen machen? Toll. Völlig vergeudet. Und ich bin wieder mal verflucht. Naja. Wenigstens öffnet sich der Spiegel. Aber hier sieht es auch schon mal besser aus. Hallo. Äh, sprechen. Jetzt kann ich hier rein, ne? Genau. Ja, das wollte ich. Ich will einmal aufsteigen. Was macht denn Zauberschaden bei mir? Glück. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, zusätzliche Schätze zu finden. Vergiftung durch die Eifersüchtigen zu. Naja. Gewalt hab ich genug. Das macht Zauberschaden. Ja. Nimm ruhig mal. Mach ne gute Blutdusche hier. Stufe 16. Wow, wow, wow. Okay. Nein. Hab nämlich kein Blut mehr. Gut. Ich glaub, so langsam komm ich hier auch mal an meine Grenzen. Wenigstens bin ich wieder geheilt, wenn ich hier auflevel. Ich hab noch Feuerbälle. Cool. Da kann ich vielleicht ein paar Skelette mitplätten, oder? Was haltet ihr davon? Hm. Nein, nicht rollen. Nicht rollen. Nicht rollen. Bloß nicht rollen. Nein. Nein, den Geld. Was machst du? Moment mal, ich hab doch noch Fluchball. Okay. Schön durchs Duchen. Fluchballe. Ich begrüße dich. Ich, äh, hier, mach mal ne Kerze, Mädel. Der macht irgendwie gar nichts, der Typ da, ne? Gut. Ich hab ja noch hier ein Tonic-Glas. Okay. Tonic-Glas ist gut. So. Ja, 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 mecker nicht rum. Du bist der Schnellste, hä? Gut. Kennen wir dich schon? Nein, du bist ein Nekromant. Ah, du hast die Skelette hier beschwört. Okay. Magie im Traum ist älter als diese verdammten Moos sind. Das ist sicher. Okay. Ja. Hm. Uraltes Blut mal zwei. Und ich kann noch mal suchen. Sichel, ja, die sind nicht so klasse. Ich glaub, die werd ich verkaufen. Denn ich meine, wenn ich jetzt da auf diese Brücke gehe, da kommt wieder dieser Riesentrieb. Ja, da ist er schon. Riesi. Tschüssi, ich mach mal die Tür zu. Ne? Lass ihn nicht stören. Ist er. Ist das ein alter Byzantiner, oder was? Ganz schön groß geraten, die Leute. So, aber ich glaub, der ist wirklich noch, der ist wirklich noch etwas zu stark für uns. Ja. Weiter will ich im Labyrinth ja noch gar nicht gehen, oder? Ich werd mal ein paar Sachen verkaufen. So, heilige Katze, das brauchen wir alles, blabla. Hackebeil brauch ich nicht, würd ich sagen. Brauch ich nicht mehr. Die will ich nochmal behalten. Für den Endkampf gegen Millie. Dich kann ich eigentlich auch verkaufen, ja. Gut. Ich hab noch Küchlein, ich hab ein Messer. Ich hab diese komischen Ringe. Ja, sonst will ich, glaub ich, alles behalten hier. Gut. Jetzt muss ich mir mal kurz die Sachen hier so ein bisschen zurechtlegen. Ich brauche den Zauberspruch. Drei Rüstung oder Puppen verzaubern. Okay, den weisen wir mal zu. Hier hin. Und den Dummy-Zauber weisen wir mal zu. Hier hin. Okay. Und ich will mal ausrüsten. Nicht als Waffe das Rohr, sondern diesen komischen... Wo war denn das jetzt? Den hier. 6 plus 1 und 8 plus 1. Okay. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir Millie damit jetzt gegenüber treten können. Aber ich werd's einfach mal versuchen, oder? Ich werd nochmal kurz hier so ein Küchlein essen. Oder das Tankenbrötchen hier. Nee, ich nehm mal hier so'n Kuchen. Gut. Gut, jetzt müssen wir bloß noch auf die Suche nach ein paar... ...Ritterrüstung gehen. So. Ich weiß bloß nicht mehr, wo welche waren. Aber ich glaub, das ist in der Karte hier eingezeichnet. Ähm, wir gehen erst mal zurück in das seltsame Schlafzimmer. Ah ja, da seh' ich doch schon mal eine auf dem Flur. Hier sollten sich auch keine Gegner mehr rumtreiben. Von daher ganz gut. So. Zauberspruch, genau. Hier ist eine. Gut, komm mal mit, mein Freund. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine ritterliche Expertise, sozusagen. So, ich bin natürlich verflucht deswegen, klar. Im Gäste-Schlafzimmer ist auch noch einer. Kommst du, danke. Ah, noch einer, okay. Ja, wartet mal. Das geht nur mit Kerze. Ich will da auch nicht gleich mit so'n riesen Fluchsschaden rein. In den Endkampf oder in den Bosskampf. Ja, die... ...Möbel heben hier mal wieder ab. Ah, das kennt man schon. So. Okay. Und die letzte Rüstung. So, mal wieder gewechselt auf. Ne, warte mal. Das muss ich mal kurz eleganter gestalten. Ähm, 6 plus 1, das war 8 plus 1, das war der hier. Genau, den tun wir jetzt mal anstelle von meiner... ...von meinem Rohr dahin. Genau. So. Wo ging's jetzt noch mal zur Eingangshalle? Hier, glaub ich, ne? Habt ihr noch nicht besucht? Doch. Kommt ihr auch? Freunde? Danke. Sind das jetzt auch 3? Ja. 3 getreue Diener. Glaubt nämlich... Genau, oberer Festsaal. Das sollte richtig sein. So, und da gleich im Treppenhaus West war das, glaub ich, runter. Hier sind immer noch Blutspuren zu sehen von meinem Hexenkampf hier. Kommt ihr? Oh, nicht so lahmarschig hier. Ich hab ne wichtige Aufgabe vor euch. Gut ist, ich kann ja auch wiederbeleben bei Millie. So, Eingangshalle da nach links, genau. So, ich will schon mal den Dummy-Spruch ausrüsten. Die zünde ich schon mal an. Bla, 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 bla. Ja. Gut. So, hier kommt dieses unheimliche Siegel. Da will ich jetzt hier mal meinen Dummy hinstellen. Danke. Ihr kommt hierher. Ne, bleibt mal da. Ich will, dass hier mal ein Stück da bleibt. Nicht immer folgen hier. Danke. Okay. Wenn ich jetzt Glück hab, stürzen sie sich jetzt auf meine Ritter. Du, Fräule, na toll. Oh, oh. Das war schon mit meinen Rittern, oder was? Ähm, wartet mal. Ich glaube... Die will ich. Moment. Bitte keine Geister jetzt. Noch eine Kerze. Noch ein Kasten. Noch ein Dingensier. Okay, irgendwie ist das nicht so richtig gut geworden. Wartet mal. Ganz ruhig und besonnen jetzt vorgehen. Ähm, ich hab noch genug Kuchen hier. Ich hab auch noch so ein Tankenbrötchen. Ich nehm mir so ein Tankenbrötchen. Äh. Ja, toll. Kann ich verwendet werden, wenn ich mit dem Flug leide? Warum nicht? Okay, ich bin gleich tot. Okay. Das war also nichts. Hm. Gut, wenigstens sind meine Rittern, Rittersleut noch da. Sollte ich's doch mit so'n Fluchzauber probieren. Wartet mal. Ich mach das jetzt mal anders. Mach mal zwei Dummies hier hin. Gut. So, ihr kommt wieder hierher. Ich will dann aber hier doch mal ein komisches Ofenrohr, hätte ich fast gesagt, zum Zuschlagen haben. Gut. Und da will ich mal... Ach, verdammt. Das ist gar nicht mal so untricky. Was hab ich denn noch hier? Erntefeld. Ja, und halt den Zaubernden. Okay. Ja, nimm ruhig mal den Rüstungszauber. So. Stell noch mal ne Kerze hierhin von mir aus. Damit der Fluch wieder ganz weg geht. So, Fluch weg. Bindungszauber entfernen. Und zwar... Dich. Das war's auch mit meinem wunderbaren Schild. Die Ritter könnten mal helfen, oder? Das sieht jetzt so aus Geistern toll. Aber ich hau ganz gut zu, oder? Das kann ich schaffen. Halt auf den Geist. Ja, sehr gut. Level 18 macht sich eben doch bezahlt. Hehehe. Melee Irwood Verschmelzung. Sobald dieser Alptraum bezwungen ist, müssen wir unter dem Kamin nachforschen, aus dem er gekommen ist. Ja. Werden wir tun. 55 Münzen. Quest abgeschlossen. Erkunden sie unter dem Kamin in der Eingangshalle. Puh, das war knapp. So, Millie habe ich durchsucht. Meine armen Ritter. Na, wir hinterlassen die noch ein paar. Achso, jetzt prüfe ich hier mal einfach. Wollte die noch gar nicht. Wollte die hier nochmal durchsuchen, ehrlich gesagt. Aber das war's, glaube ich, ne? Habe ich hier alles? Ja, müsste ich eigentlich haben. Okay. Ich will nochmal... Ja, ich glaube, ich will nochmal heilen. Ja, komm, ist egal. Ich kann ja sonst wieder mit Hilfe meiner Schnupftabakdose da auch zurück an den Anfang des Labyrinths oder ins Nirgendwo und so. So, okay, gut. Habe so ein bisschen Herzrasen jetzt, aber... Okay. Und ab in den Kamin. Kann ich noch einen durchsuchen? Ja, tatsächlich. Ich will hier jede Münze mitnehmen. So ist es ja nicht. So, ich glaube, das war's. Im Kamin befindet sich an der Leiter hinuntersteigen. Ja. Ist die jetzt durch die Leiter gekommen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. So, in einem Tunnel, ja? Blaus Wachs. Münzen, sehr gut. Sehr schön. Ja, und dann so als nächstes Projekt, in Anführungsstrichen, werde ich mir dann vielleicht mal das Labyrinth vornehmen, wenn ich hier noch ein bisschen stärker bin. Ich finde richtig viel Münzen, finde ich richtig gut. Hackbeil, schon wieder eins, gerade ist verkauft. Naja, gut. Töpferscheibe kann ich auch verkaufen. Rotes Wachs. Okay, das war's. Na ja, okay. Aha. Ach, die Straßenbahn ist heute mal pünktlich. Na sowas. Seilbahnstation. Wer hat das denn alles gebaut hier in Moston House? Unglaublich. Gut, dann kann ich mich hier wohl mit meinem Geisterjäger-Outfit wohl mal in die Straßenbahn begeben. Und ich will hier erstmal ein bisschen Fluch von mir nehmen. So, am besten alles. Wer weiß, was mich da erwartet. Wie gesagt, Fluch hinzufügen geht ja einfach. Tja, und da sieht man mal, wofür so ein simples Rohr doch gut ist, ne? So. Ab in die Tram. In die gute Tram. Ja, und fahren wir auch los? Muss ich selber machen jetzt auch noch, oder was? Toll. Hebel ziehen, mach ich. Hebel ziehen, um die Seilbahn zu starten. Dies beendet Kapitel 2. Uiuiui heißt, wenn ich jetzt das Kapitel beende, gibt's auch wieder einen neuen Monster in den anderen Räumen. Egal. Kapitel 3. Ganz geil gemacht, eigentlich. Ganz witzig. He? Margaret Blackett? Tut mir leid, dass ich mich wieder anschleichen musste, Nightingale. Ich bin dir durch den Kamin gefolgt. Du bist auf etwas gestoßen, auf das selbst ich keine Antwort habe. Wohin führt diese Seilbahn? Wer hat sie gebaut? Ich glaube, mein Vater war vorher hier unten. Er muss es wissen. Ich bin sicher, du denkst erst an Böse, Mann. Ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass der Peter einfach auslöschen kann. Ihr erinnert euch? Peter wurde dahin gerafft vom schmuddeligen Schuft oder wie der heißt? Aber du musst verstehen, seine Absichten sind gut. Auch wenn seine Methoden fragwürdig sind. Ich bin mir sicher, dass es für all das einen guten Grund gibt. Wenn wir auf der anderen Seite ankommen, mischen Sie sich bitte nicht ein. Du kannst mich duzen. Lass mich ihm etwas zernummt einreden. Tschüss. Okay, das hat uns mal wieder nicht sehr viel weitergebracht. Hält das Ding hier auch mal an? Da liegt ein Gegner. Da liegt ein toter Gegner. Oder? Kann ich den durchsuchen? Der wacht gleich auf, hundertprozentig. Oh, mehrere tote. Mehrere tote Leichen. So. Okay. Ja, dann will ich mich da mal reinwagen. Oh. Das ist ja nice. Dass ich hier gleich mit dem Tod begrüßt werde. Toll. Kapitel 3 Mose in Haus 1916 im Traum. Nightingale erwacht in einer seltsamen Krankenstation. Es scheint 24 Jahre in der Zukunft zu sein. Der Klang an der fernen Glocke weckt sie. Mhm. Okay. In der Krankenstation, ja. Okay. Was? Verhalten Sie mal... Bewahren Sie mal Ruhe da, ja? Sie sehen auch nicht so gut aus. Also schonen Sie sich, mein Herr. Ich bin wundern, dass man hier nicht schlafen kann. Ja, es ist in Ordnung. Wenn ihr mich angreift, ist das los... Hallo? Nicht schießen, ja? Nicht schießen. Bleib stehen, wo du bist. Bist du immer noch ein Mensch? Ja, ich schätze schon. Oh, dem lieben Gott sei Dank. Ich dachte, du wärst eins dieser Mädchen aus dem Keller. Du musst eine neue Krankenschwester sein. Mein Name ist Mary und ich war genauso überrascht wie du, als ich zum ersten Mal hier ankam. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber du bist an einen schrecklichen Ort geraten. Nein, halt. Darum weiß ich, langweilig. Du bist in einer Art gemeinsamen Halluzinationen gefangen. Bevor wir mehr reden, musst du leider erst den König sehen? Welchen König? Gibt's hier auch noch einen König, oder was? Er wird sehr böse, wenn sich Neuankömmlige nicht sofort melden. Der König ist kein Mann, mit dem man sich anlegen sollte. Nimm den Gegenstand Krankenschwesteruniform und trage ihn unbedingt, bevor du den König siehst. Du musst verschlagen sein. Du kannst keine Waffe wie meine haben, bis du den Gegenstand Feuerwaffenstein vom König bekommst. Ah, interessant. Ah, es gibt Feuerwaffen in diesem Spiel. Cool. Die Tür des Königs ist leicht zu erkennen. Sie ist die Einzige, die golden bemalt ist. Okay, jetzt geh und sei vorsichtig nach draußen. Gut, also das müssen wir anziehen, bevor wir durch die goldene Tür schreiten. Krankenschwesteruniform. Kann ich wenigstens meinen Cowboy-Hut anbehalten? Ne, kann ich nicht. Krankenschwesterhut. Okay, gut. Wie dem auch sei. Kann ich nochmal mit dir quatschen hier so ein bisschen? Du musst sofort zum König gehen. Okay, du kannst dann die Tür nicht verfehlen. Sie ist Goldfarben. Gut, ne, kann ich dann wohl nicht. Kann ich denn hier noch ein paar Goodies mitnehmen? Ja. Eine Peitsche. Oho. Ich würde hier auch gerne mal wieder so einen Blutbrunnen finden, ehrlich gesagt. Aber ich scheine ja hier in der Krankenstation so ein bisschen sicherer zu sein, obwohl hier über diese sterbenden Untoten rumliegen. Ja, auch alle schön blau angelaufen. Ich stehe nochmal kurz zurück in den Flur, um zu sehen, was mich da erwartet. Immerhin bin ich ja jetzt Level 18. Millie konnte ich ja auch schon ganz schön verprügeln. So. Ja, im Moment sehe ich natürlich mal wieder nichts. Erste Hilfe Kasten. Sehr gut. Den kann ich wirklich gebrauchen. Na, den Schild kann ich nicht gebrauchen. Den würde ich gerne verkaufen. Da ist ein Blutbrunnen. Öffnen. Aha, noch ein seltsames Schlafzimmer. Wer bist du denn? Ich durchsuche hier erstmal die Räumlichkeiten. Philosophia Somnium 4. Das lese ich nochmal kurz. Nicht alle Sterne am Himmel des Traums sind heiße Gaskugeln. Bei einigen wenigen ist die Parallaxe leicht zu beobachten, was darauf hindeutet, dass sie nahe sind. Das Rätsel, was diese falschen Sterne waren, blieb bis zu einer Expedition im Jahr 1897 bestehen. Mit Hilfe von mit Organfett beschichteten Brettern wurde eine Brücke gebaut. Schockierenderweise sind diese falschen Sterne in Wirklichkeit schlafende frühere Versionen des Traums. Das Licht, das wir sehen, ist nur das der Fenster und das Labyrinth des Herrenhauses. Die Bewohner sind seltsamerweise nicht anwesend. Mit etwas Mühe können das genaue Jahr und der Monat der Iterationen anhand von Dokumenten und des Zustandes des Hauses ermittelt werden. Alle bisher untersuchten Iterationen oder falschen Sterne sind jüngeren Datums, 1892 oder später. Sehr lehrreich, aber irgendwie ein bisschen unverständlich für mich noch. So, danke für die Münze. Hier ist auch ein Klo, wo ich hingehen kann. So, ich will jetzt, ja genau, das wollte ich. Nachtmutter, bla bla, bla. Ja, Finger, sehr gut. Ich kann mal einen zusätzlichen Gegenstand merken. Sehr gut. Gut, was nehmen wir denn mal? Ja, noch einer. Cool. Ja, ich kann mir zwei Gegenstände merken. Kuchen macht, glaube ich, keinen Sinn, oder? Aber Ausrüstung. Ich würde mir hier mal den alten Schild merken schon mal. Und... Das ist permanent, oder? Steigert es den leicht, Haltung leicht. Den kann ich mir eigentlich auch mal merken, oder? Ja, ich kann mir auch mal merken, oder? Die Kerze sind, glaube ich, auch Opfergaben. So, habe ich da noch einen coolen Ring vielleicht? Hm, Totenkopfring ist auch nicht schlecht. Aber nur, wenn man schwer verflucht ist, hm? Ja, den verfluchten Vorstand, ich glaube, den nehme ich mal und den werde ich auch mal anlegen. Den werde ich auch mal anlegen, anstelle des... Na, Kampfschaden, das ist gut. Ja, 15% Chance auf halbem Schaden. Ich nehme den mal ab und trage ihn hier. Gut, okay. So. Das war's auch hiermit, ne? Und wunderbar, hier ist ein Spiegel. Haha. Ich werde nochmal mit dir plaudern, entstellter Mann. Noch ein Mensch. Wie bedauerlich, dass du hier gelandet bist. Mein Name ist Edgar. Ich bin immer noch größtenteils menschlich und größtenteils am Leben, trotz der besten Bemühungen des Traums und des Krieges. Der Unglückskönig hat mich ermächtigt, meinen Lebensunterhalt mit dem Schutz der Bewohner des Traums zu verdienen, die ihm nützlich sind. Sobald du mit dem König gesprochen und den Gegenstand fern... Feuerwaffenschein erhalten hast, komm zu mir. Blablabla, blablabla, blablabla. Okay, also wir brauchen erstmal die Lizenz, hier, äh, Schusswaffen zu nutzen vom König. Und um den zu sehen, müssen wir dann, ja, in der nächsten Folge durch die goldene Tür schreiten und unbedingt das Krankenschwester-Outfit anhaben. Ja, geht weiter. Interessiert, äh, interessiert mich. Ja, es interessiert mich. Nein. Es ist wirklich interessant, geht's weiter. Gutes Spiel, immer noch. Wirklich tolles Spiel. Finde ich richtig geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Immer noch, also... Äh, ja. Ich würde sagen, wir werden die Folge mal hier. Bei der nächsten Folge... In der nächsten Folge werde ich hier die Räumlichkeiten weiter in Angriff nehmen. Muss zum König gehen mit Krankenschwester-Outfit durch die goldene Tür und dann hole ich mir einen Schusswaffen-Lizenzschein da. Genau. Es geht interessant weiter bei... Äh, weiter bei Wuthering Rooms. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, ganz liebe Grüße von mir. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss. Tschüss.